Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe hier die Feuerringe von Moog Niko. Hier mit dem Moog Hahn. Socker 14 Gramm. Hier die Rückseite. Nein, was erzähle ich da? Nur Moog ist nichts mit Niko. Piepenbrock Pyrotechnik. Moog Feuerringe. Ich hole sie mal raus. So. Man sehen die gut aus. So 10 Stück. Grauer gedreht Glunte. Große Teile. Schön dick. Ja, dann würde ich sagen, dann zünde ich mal welche. Viel Spaß. So, jetzt die Moog Feuerringe. Sehr gut. Dann mache ich gleich noch einen zweiten. So, zweiter. Und gleich noch ein dritter hinterher. Super. Dann tschüss bis zum nächsten Video. Super Teile. Jetzt ist es da. Ich mache es dir. Das war's. Hier. Du GTA. Bierkooi. Im Moment vampires.